Prozent werden immer mehr ich bin einfach weg sind die Team Prozent Mauer und sie sind so gut verhalten okay wir sind an die Mauer Opfer ein Möchel und bis zu Tod Möchel mehr wir können wir sind ein Team ich und flüsterst es ist bis um 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 so und ich hab Sachen für dich wo bist du wie auf der Rheinsträger ich hab auch eine Kiste haben ich hab ich hab Sachen für dich ja Lederhelm oder was nein Lederhose oh ich hab keine einzige Kiste auch eine Kiste wo sind die Kiste auf dem Schwefel? oh voll viele ich hab jetzt schon vier nicht einer einzigen ich bin schon an dreien vorbei gelatscht ah da ist einer hui da ist sogar ein goldenes Zeug drin wo bist du? ja tot gestorben bin ich also darum hast du ja auch grad eine Kiste gefunden oh ich hab noch keine Waffen äh ich hab zwei goldene Öpfe oh achst du nicht also noch eine Kiste ich hab eine Kiste ich hab auch noch einen Helm jetzt ich hab einen Helm für dich schön Lederhelm oder was? ja nein mal ja nur was ich find meine Kisten selber obwohl ich bisher nur eine zwei jetzt ist es Nummer zwei gefunden äh oh das ist doch das finde ich voll viele Kisten aber nur mit so einem scheiß Sachen in der Kiste ist gar nichts drin wenn du so rutschen siehst in voll vielen Farben da bin ich gute Beschreibung ich hab zwei Enderperlen ich bin beim Hubschrauber siehst du den Hubschrauber? ich bin in einem Haus gerade ich glaub nicht dass ich einen Hubschrauber sehe ist ja auch schlecht nur im Haus ich find keine Kisten schon ich hab voll viele Sachen für dich ich hab zwei bisher gefunden ich hab zehn oder so ich hab zehn oder so ja hier ist ein Kino oder noch in dem Haus ein Bildertisch ist hier auch zwei sogar aber keine Kiste aber keine Kiste hast du schon was gefunden? ja ich nicht hey ich bin beim Wasserpark hey ich bin beim Wasserpark eine Kiste unten holt schwer den ich finde ich in Eisen ähh Hearing ich dass mein Hölz schwer das mein Hölz schwer das mein Hölz schwer das mein Hölz schwer muss ich grad mein Hölz schwer wenn ich dir fragen doch wo bist du immer noch in so einem komischen Haus oder jetzt haben Sie gesagt, ich komme nicht hoch, ich bin zu fett. Ich komme nicht hoch. Man muss den Donner verhalten. Nein. Ich sehe einen. Dann kill ihn. Wovor er dich killt. Das ist eine Enderperle. Das ist ein Eisenschwert. Das ist ein Eisenschwert. Das tut mir. Nein. Nein. Schade. Ich habe ihn verarscht. Das ist kein Ende. Die Stimme würde wegschlagen. Nein. Du musst mir helfen. Nein. Ich sehe gar nicht, wo du bist. Ich sehe Morgen. mal wurde genau bis zu auch so kredit die die Häuser die stehen bei der das Gründchen die stehen hinter dem Kran ich bin jetzt bei der rennstrecke herzlichen Glückwunsch um um ihr bist du bei einem Riesenrad warum kann ich das nicht aufholen hier ist ein Riesenrad, ne da bin ich von wobei gelaufen ich sehe den Kran ich weiß gar nicht ob es hier mehr vergeben ich sehe den Kran, wo bist du da hinter dem Kran das sind so Häuser ich habe Gold gefunden ich habe eine Eisenbrustplatte in welchem Haus bist du? jetzt wo bist du hier? Herr Rekker hat gesagt ich bin ich da mehr in meiner Glauben weil sie alle Häuser abgesucht haben okay wir kommen den Bedingungen hoch und bist du jetzt? wo bist du jetzt? wenn du vor den wo? oh na bummer wenn du vor den Häusern stehst äh links aber wo bist du genau? bei so einem Helikopter bei so einem schwarz-grauen wo? genau da hab ich auch ja siehst du so ein Wasserfall? nö ich fuhr grad gar nicht weil ich grad eine Kiste gefunden habe die durchsuchen möchte das aber nur drei Äpfeltern man wir treffen uns mal unterm Helikopter nö da jetzt sehe ich einen Ballon in blau-weißen da war ich eh was auf das den Gegner ne mit einem heisen Schwert jetzt krieg ich aber Angst der ist nicht so wie du in Rente den Ganzen beim Lauf des Blut ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Oh! Oh, hast du mich jetzt erschreckt! Verdammt! Sorry! Was hat mir getan? Ich wusste nicht, dass du es bist! Du wolltest mir ja nicht sagen, wo du bist! Ich habe mich wirklich erschrocken! Ach, Mann! Warum stehst du einfach hinter mir? Sag doch mal einen Ton! Ich war die Band drin hinter dir! Mann! Na gut!